Ah sehr schön. Ein Pflichthühnchen. Wollen wir das überhaupt nehmen? Ja, wollen wir. Das sind wir zu schnell kaputt. Oh, Lebenspunkte. Wenn wir es gut anstellen. Nein. Es war nicht gut angestellt. Nein. Komm schon. Okay, hier irgendwo. Donk. Kaputt. So. Da kommt noch so ein dicker. Genau, ich halte euch einfach alle. Hau sie aber tot. Hör auf zu reden. Hau sie aber tot. So. Krieg ich auch noch mit Gutes. Hinten ist wieder eine Pflanze. Einmal spalten, zweimal spalten, dreimal spalten. Komm, gib mir mehr Lebenspunkte, als ich verliere. Gib mir mehr Lebenspunkte, als ich verliere. Bisher, ja. Sehr gut. Das Feuer ist immer noch da. Und Feuer tut weh. Geh rüber. Noch mehr freie Geschosse. Und Gold und sonst nichts. Okay. Lauf, 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 lauf. So, Platz gemacht. Und wir haben 662 vor den Schleimen. 662. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Geh weg. Wir sind schon mal unter 662. Aber sind auch nicht alle tot. Also, stirb. Na, immer noch nicht bei 662. Aber das hier müsste gut funktionieren. Die kommen gar nicht an uns ran. Die dürfen nämlich nach unten springen. So, gleich bei 662. Ja, und rüber. Sehr gut. Komm mal runter da. So. 728. Also, 60 plus gemacht. Oh, gleich noch so eine. Sehr schön. Ja, manchmal ist das Spiel richtig lieb zu uns. Manchmal. So. Die haben wir auch schon mal gerutscht. Oh, und Hühnchen. Ja, manchmal ist das Spiel richtig, richtig lieb zu uns. Oh, oh. Okay. Und hier ist eigentlich gar nichts mehr. Außer noch einmal Gold und Lebenspunkte absacken. Ja, war schön. Du weg. So. Was sagt die Waldkarte? Die Waldkarte sagt... Einmal runter, einmal rechts. Und dann ist da auch nicht mehr viel. Wolf. Nicht mehr davon. Oh, lange Staffel. So. Wir haben fast volle Lebenspunkte. Sehr schön. Wir haben volle Lebenspunkte. Oh, das war knapp. So, euch beide. Zing. Ja. Das mache ich jetzt. Fahre ich mal erst mal so. Und das ist mir egal, dass das länger dauert und überhaupt. Denn ich will dieses Leben möglichst weit kommen. Wenn ich auf solche Methoden zurückgreifen muss, dann greife ich auf solche Methoden zurück. Der kriegt irgendwie weniger Schaden durch die Teufel. Kann das sein? Oh, hat man hier eine bessere Idee. So. Wir greifen jetzt von hinten an. Nein, 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 nein. Ja. Baba ist richtig toll. Hält tierisch viel aus. Okay, macht nicht so viel Schaden. Aber er hält tierisch viel aus. Kann Projektile wegpusten. Und das weiß ich. Oh. Und habe ich erwähnt, dass er tierisch viel aushält. So. Komm mal hoch hier. So. 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 Schnee. Sterben. Schnee. Sterben. Mhm. Die ganzen Lianen. Ja. Doch. Nehme ich auch mit. Haben wir hier noch was? Einen Baumstumpf. Und unten haben wir noch ein Pferd. Ja. Hätten Hühnchen drin sein können. Unten ist noch ein Wolf. Also quasi ein automatisch getroffen Werder. Stirb. Ah. Kein Hühnchen. Oh. Ne. Kein Hühnchen. Nur Gold. Oh. Oh. Komm schon. Jan. Hühnchen. Hm. Oh. Bossraum. Go. Go. Gadgetto. Schrei. Au. Und Deckung. Ich hab fast keine Mana. Fehlt mir grad auf. So. Nummer eins. Kaputt. Oh. Hühnchen. Kautsch. 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 Kommt alles mit. Wird alles kaputt gehauen. Kiste. Äh. Hoolie Braces. Ich hätte mich eh was jetzt gefreut. Aber na gut. Ist kein Wunschkonzert. Hm. Runter und rechts. Oh. Nicht hier runter. Von diesem Raum aus. Na unten. Sie hinten. Runter, 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 runter. Rechts. So. Nochmal schießen, bitte. Ne. Sollte ich nicht auffordern, mir Schaden zu fügen. Wo wird das Pferd? Muss ein ganz schön langer Gang sein, wenn das Pferd immer nicht zurück ist. Oh. Küss noch ein bisschen rein. Das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Lauf, 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 lauf. So. Okay. Dich. Fußspitze. Lass meine verdammte Fußspitze in Ruhe. Na. Den anderen. Hm. Schmuh lassen wir da stehen. So. Gold. Karte sagt, zweimal nach... Ach. Durch den ganzen Chaosraum wieder zurück. So. Dich nehmen wir mal mit. Durch den ganzen Chaosraum nochmal durch. Autsch. Auf der Suche nach Hühnchen. Oh, sehr schön. So. Nochmal links. Dann runter und rechts. Dann müssten wir fast durch sein mit dem Wald. Alle Gegner besiegen. Das werde ich nicht können. Richtig? Richtig. Da brauchten wir die Sicheln führen. Okay. Karte. Ein bisschen durch mit dem Wald. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Wir gehen hier unten lang. Ist zwar, wenn ich es richtig gesehen habe, länger als der... Oh. Länger als der andere Weg. Aber dafür ist der andere Weg ganz schön unangenehm gewesen. Das war es mit den Feuerbällen oben. Das will ich nicht haben. So. Also. Wald ist fertig. Dann hätte ich doch jetzt gerne mal die erste Etage fertig. Da. Machen wir es mal hier. Noch machbar. Oh. Tu was. Okay. Naja. Ninja du was. Genau du. Einen Schlag noch. Bist kaputt. Wo bist du? Da bist du. Tu. Komm auch noch mit. Wir sind übrigens schon über 100.000. Sogar. 115.000 schon. Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe irgendwie immer mehr auf die Lebensboote geguckt, als auf die Colt-Anzeige. Ungewöhnlich. Ah gut. Ja. Kaputt. Schwing. 118.000. Also nach links wieder und nach unten. Hölle müssen wir auch noch freischalten quasi. Aber da haben wir wenigstens ein Standard-Höhnchen noch. Genau. Du stehst da so, dass du alle treffen kannst. Mit deinem doofen Zipfel da oben auf dem Helm. Kein Hühnchen. Kein Hühnchen. Ne. Nur Wollt. Tag mit Eintrachtbuch. Auch noch nicht. Yay. Stacheln und Bluttropfen. Mehr Stacheln und mehr Bluttropfen. Jo. Mama ist noch okay. Oh. Sauber. Genau so. Soll das laufen. Dann paddeln wir das lustig gewesen mit dem Schild. Wir können zwar blocken, aber er würde jedes Mal zurückgeschubst werden. Ich glaube, der wäre nicht ordentlich da hochgekommen. Oh. Viele Projektilschmeißer. Oh. Stirb. Doofes Ding. Du. 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 Du hast kein komisches Bild. Ich nehme auch mit. Überwiegend zur Hölle. Wir wollen aber nicht zur Hölle. Wir wollen die erste Etage clean. Vorerst. Also gehe jetzt hier runter. Kein springen. Boah. Das kann ich langsam. Na. Oder auch nicht. Äh. Zweimal nach oben. Schwupp. 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 Aha. Ja. Clown. Was für ein Clown bist du? Oh. Hier kann man draufstehen. Was für ein Clown bist du? Zehn Dolche für acht Ziele. Ne. Doch. Komm schon. Aha. Ich lasse das aber im bester Versuch bisher. Wie viele waren das? Sechs oder sieben? Es war doch nah dran. Kein Grund mich zu beleidigen, dober Clown. Äh. Kaputt. So. Ein Auge steht noch. Das ist ver-tret-ba-r. Nein. So. Vielmal nachher braten, aber keinen Schaden nehmen. Nein. Ich hätte einfach auf Nummer sicher gehen sollen und zwischendurch eins von diesen grünen Dinger benutzen. Nee. Oh. Rühnchen. Das heißt, wir haben jetzt alle Bossräume soweit geplündert bis auf die in der Hölle. Und es gibt noch eine Abzweigung da oben, die ich haben möchte. Das heißt, ganz oft nach oben und dann irgendwann einmal rechts, richtig? Nö. Hier schon rechts. Swoosh, swoosh. Falsche Richtung. Ihr seid doch bestimmt, du, Wasser. Ja, du bist einer. Aber ist mir egal. Den Raum muss ich in die Tappen machen. Das war hinterher, die da unten habe ich gar nicht hingeguckt. Au. Angriff der Poshel Vashel. Okay. So. Au. Wieder von unten gehauen. Zong. Komm, 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 komm. Iiiiih. Nein. Ein Raum, ne? Wir sind von fast vollen Lebenspunkten wieder auf 10, 20% runter. Übe. Das war alles nur für die Geste. Okay. Schön, Schritt für Schritt wieder zurück. Nicht hetzen lassen von den Stacheln, die den Posh schießen wollen. Jetzt sind wir mit der ersten Etage fertig. Also, erste Etage clear. Zweite Etage clear. Ja. Du was du was. Das heißt, wir müssen jetzt ins Meiergebiet. Äh. Killer. Ignorieren wir. Wir mussten doch hoch, ne? Ja, ich... Oh. Hier. Die zwei komischen Kine hätte ich ganz gerne. Jo. Ähm... Oh. Zwei hier. Eine Fake-Kiste. Die doofe Kiste. Ganz viele zerstörbare Sachen für ein... Nuglich Hühnchen. Oh. Weg, 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 weg. So. Oh. Komm, 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 komm. Hühnchen. Oh. Okay. So. Oh. Du was. Nee. Dich ignorier. Dich hab ich absolut zu. Kein Bock. Genau. Dich. Ja. So. Uh. Okay. Weg, 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 weg. Alle Gehtner besiegen. Da sind ein paar zu viele Stacheln hier. Wow. Dezent zu viele Stacheln, ja. Oh. Einmal Schaden kriegen dafür zwei Goldsäcke. Gut, dass wir kein Zwerg spielen. Oh. Okay, da hätte ich mir schon fast denken können, dass wir den nicht ausweichen können. Oh. Hühnchen. Und Hühnchen weg. Und. Nur diese doofen Schäle. Oh, oh. Wir sind gleich tot. Ähm, 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 ähm. Oh. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Einfach zurückziehen. Ich glaub, der da unten könnte uns gar nicht treffen, der Stacheln. Aber sicher ist sich. Ja, oh. So. Richtig schwitzige Hände bei. Du kannst uns nicht treffen, nein. Und Rüstungsschutz plus zwei. Ganz vorsichtig hier raus. Die einen Goldmünster oben, die ruhig auch. Weg. Oh, Boss. Nein, ich wollte gerade Y-Lon-Dirken. Schade, schade. Aber na gut. Nicht das Leben, was ich mir gewünscht hab, aber es war trotzdem sehr gut. Und gleich können wir richtig gut Geld ausgeben. Also ja. Klick, klick. Und wir sehen uns gleich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020